Wann haben wir das denn besprochen? Das sollte eigentlich eine Überraschung sein. Apropos Überraschung. Der eigentliche Grund, warum ich heute hier diesen Tisch... Ja, aber ich hab doch noch bestellt und zwar weil... Aber ich wollte doch heute mit dir hierhin... Ja, und wenn ich ihn nicht reserviert hätte, dann würden wir jetzt an der Pommesbude stehen und Rot-Weiß essen. Entschuldigung bitte. Ja, du hast gerade eben gesagt... Oh ja. Sag mal, macht deine Chefin nicht mal Feierabend? Ah, die lutscht lieber aus wie eine Kabel-Sonnentüte. Ja, und wer es mit sich machen lässt. Das sagt gerade der... Ja, und wer es mit sich machen lässt. Ja, und wer es mit sich machen lässt. Ja, und wer es mit sich machen lässt. Untertitelung des ZDF, 2020